Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part New Super Mario Pursue und weiter geht's mit Superstar Boulevard 5 und Vernunft im Sumpf. Und ich hab jetzt doch keine Items geholt, aber auch diesen Level hatten wir schon. Ich hab jetzt keine Items geholt. Das sieht jetzt schon nach einem Scrolling Level aus. Weil die Kamera so rausgesucht ist, aber... Ne, ist keiner. Zum Glück. Oh. Ist ein Scrolling Level. Ich ändere meine Meinung. Mal spontan. Und mit Lava, geil. Äh, Lava. Giftwasser meinte ich natürlich. Und mit Lian, die ich immer noch nicht kapiere. Und auch noch mit Buhus. Okay, es ist nicht ein ganzer Scrolling Level. Es ist auf jeden Fall schon mal was Nices. Es weckt auf jeden Fall Hoffnung. So, hier muss man lieber mal warten. Weil zumindest ich muss warten. Ich hab ja keine Ahnung. Schamtsch. Das sieht man, dass man da oben rüber kam. Oh, Junge. Okay, jetzt fängt's an, ein bisschen schwer zu werden. Ich betone natürlich nur auf ein bisschen. Man bekommt nur ein Leben dafür, Alter. Mach dir du mal so viel Arbeit. Da war auf jeden Fall eine Pflanze. Und wir haben jetzt schon zwei Star Coins. Oh, cool. Hier ist die dritte. Okay, mit dem Klettertypen ist das auf jeden Fall mega einfach. Ich bin auch, aber auch behindert. Ich sage, ja, mit dem Flughunschirm ist das mega einfach. Dann verreckt der Typ. Wir hatten, wir waren fast fertig mit dem Level. Wir hätten den Level jetzt in zwei Minuten geschaffen, dann wären es vielleicht nur, vielleicht nur 50 Parts geworden. Und diesen Let's Play, wenn ich jetzt in jedem Part zwei Level schaffe, in keine Ahnung wie vielen Minuten. Hui, das war jetzt knapp. Okay, jetzt hier noch das Star Coins holen, wenn möglich. Ohne Verletzung. Ohne Verletzung. Der war gut, ne? Ohne, ohne, ohne Item Verlust. Jetzt lässt meine Konzentration nach und es ist erst 17 Uhr für 14. Ich weiß, es war ein Schultag. Ich weiß, ich hatte sieben Stunden aber und habe drei Stunden Deutschklassenarbeit geschrieben, aber das kann doch nicht sein. Jetzt brauche ich, wette nicht, ich brauche jetzt wieder den kompletten Part für diesen fucking Level. Ich will, ich will den nächsten Level auch noch anfangen. Das ist zumindest mein Ziel in diesem Part. Damit ich dann im nächsten Part den nächsten Level beenden kann und so weiter und so weiter. Wie es halt so ist, ne? Junge. Nimm dir das Item und verpiste dich. Das war dumm von mir. Aber wir bekommen das Item ja gleich wieder. Jetzt sollten wir uns aber konzentrieren. Wenn wir uns schon so nicht konzentrieren können, dann sollten wir uns wenigstens jetzt konzentrieren, ne? Und warten auf die Lücke, die jetzt kommt. Ah, hier. Das oben führt einen anscheinend nur da hin. Okay. Und hier unten ist dann die dritte Starcoin schön versteckt. Und diese holen wir jetzt noch. Und die ist schillig. Nein, komm. Die ist schillig. So einfach, wie die Starcoin ist, da kann ich nur noch lachen. Und mit dem Flughörnchen ist sie so fucking unnötig. Weil das Flughörnchen hat einfach keine Ficker-Arsch-Jumps, Alter. Hab ich nicht gesagt, ich brauch für den kompletten Part? Das war das Gamepad, was auf den Tisch knallt wurde. Marius behindert, er macht keinen Wandschirm. Die Mario-Steuerung ist schon so präzise wie überhaupt. Unvernunft im Sumpf. Der Level ist so billig und so einfach. Die ersten zwei Starcoins sind leicht gewesen. Nur die dritte ist eigentlich auch einfach leicht. Aber ich bin mal wieder unfähig, so wie immer eigentlich. Und schaff sie einfach nicht einzusammeln. Obwohl die so einfach ist, ey. Das grenzt an Menschenverstand. So dumm bin ich schon. Das kommt doch nicht mal mehr da hoch mit dem Flughörnchen. Da komme ich jetzt nicht mal mehr da hoch. Nicht mal mehr da. Jo. Danke. Das Scheißteil geht natürlich erstmal in die Lava rein. Billig. Whisky. So. Und jetzt. Komm, ich will den nächsten Level noch anfangen. Das ist halt mal ausprobieren. Das Teil geht aber auch mega langsam. Okay, ich gehe einfach mal davon aus, dass das Wandhörnchen da sich jetzt festhalten kann. War das jetzt wirklich so schwer? Jetzt einfach nur auf diesem Level beenden. Jawohl. Und da haben wir mal irgendwie ein Spezial. Wir haben sieben Minuten geschafft im Hintergrund. Bowser Juna. Sehr schön zu bewundern. Und dann gehen wir gleich noch in den nächsten Level. Die letzten drei Level. Ja. Der tritt vorletzte Level. Items hole ich später. Superstar Boulevard 6. Brennende Klippen. Und das hört sich an wie ein Jump Rival. Oh ne. Es ist nur so eine. Okay. Cool. Der geht ja noch. Hier empfehlen sie Feuerblume. Alter, ist das pixelig. Junge, wie er sich da gerade durchgesheetet hat. Habt ihr es gesehen? So was sieht man nur selten. Okay. Hab ich gesagt, es ist One Level. Ich hatte fast recht. Das war natürlich jetzt nicht so geil. Das war unbeabsichtig, würde ich sagen. Okay. Wir sehen gleich schon mal. Hier braucht man wahrscheinlich einen Eichelpilz, um was es zu kommen. Das wurde zum Level auch schon mal. Aber wir haben keine Eichelpilze. Wir haben nur noch eine super Eiche und die würde ich gerne noch aufheben. Ja. Ich gehe lieber noch mal hier zurück. Ja. Pilz, komm zu mir. Das hier ist ja noch relativ schillig. Wenn nicht sogar komplett easy. Wandsprünge machen es hier aus. Habe ich gehört. Upsi. Naja. Schreif's drauf. Ich kann man sich gut treffen lassen, habe ich gehört. Ach, haben Sie davon auch gehört? Mist. Okay, das war nicht so geil. Okay, das ist ein wenig wie es kann. Schafft aber der Mario locker easy. Und die zweite Star-Konel, wenn wir den Level jetzt schaffen. Oh mein Gott. Okay, das sieht nicht so einfach aus. Da hinten ist ein Item, da würde ich gerne rankommen. Nein! Dieser Level ist nicht so einfach. Ist nicht so einfach. Das war dumm, aber sehr dumm. Kann ich schon sagen. Jetzt habe ich eigentlich keine Chance mehr. Obwohl doch, ich bin gerade eben gestorben. Scheiße. Das ist natürlich dann nicht so sexy. Wie er sich da durchsheetet. Zweite Star-Koin. Incoming. Item. Hier ist er einfach so locker easy macht. Und jetzt nur noch die letzte Star-Koin. Jetzt habe ich gerade irgendwo an den Leuten. Und dann sterbe ich gleich wieder und verzweifle wieder Jahre an der letzten Star-Koin. So wie ich mich kenne. Und meine Logik kenne. Oder ich finde sie nicht mal. Weil jetzt hier schon das Ende ist. Nee. Hoffe ich jetzt einfach mal nicht. Okay, das sieht jetzt nochmal tricky aus. Junge. Ist das krass. Ist aber nice gemacht, der Level. Letzte Star-Koin. Und jetzt kommt wieder irgendein hartes Rätsel. Oh ja, kommt es. Nee, kommt es nicht. Das war dumm. Aber mega. Weil ich jetzt hier diesen Jump-Passage nochmal machen muss. Und ein Item verloren habe. Jetzt muss ich wenigstens nur noch ins Ziel. Und das möglichst ohne zu brennen. Okay. Fuck. 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 Junge. Bitte. 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 Lass das Ziel kommen. Bitte lass das Ziel kommen. Ja. Oh, zwei Level in einem Part geschafft. Es läuft. Vielleicht schaffen wir. Vielleicht der nächste Part. Ja, echt schon der letzte. Und da habe ich das echt unter 50 Parts geschafft. Diese Folge. Äh, dieses Let's Play. Äh, genau 50 Parts. Das wäre natürlich lustig. Ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Part wieder. Obwohl, ich mache hier noch das Itemhaus. Ich denke mal, nee, das ist das Scheiße. Nee, das ist das Gute Ding. Das ist das Gute Ding. Das lieben wir natürlich. Hoffentlich habe ich es jetzt richtig. Jawohl. Ein Propellerpilz. Diese items kann man echt nur in dieser Spezialwert kriegen. Und ich würde sagen, ich hole noch ein paar Propeller. Äh, Propeller. Ein paar Eichel, weil die vielleicht noch in den letzten Level brauchen können. In den letzten Level kann ich mir das gut vorstellen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Wenn es vielleicht schon heißt, der letzte Part von New Super Mario Bros. You. Bis dann, Leute. Und ciao. Und vor allem wurden wir am besten zusammen. Ich gebe dir nichts über die COOL-deskontrolle. Und ich coaching von Landeskontrolle. Wenn Geld in das reinchenbe escape.